Norddeutscher Rundfunk 2021 Klappe aufwerfen Hier im Schuh Späne, oder was? Keine Ahnung Eins, zwei Einen noch, ja Nein, du hattest mich weg Du stehst hier gerade nicht auf dich geschossen Da hatte ich dich schon zweimal getroffen Bang, oder? Nee, der ist raus Nee, sonst Ich hab dich einmal getroffen, da hast du hier schon gestanden Hier hast du mich nicht getroffen, das kann ich dir sagen Da kam er Leute, Leute, es gibt Schützenregeln Ich denk barrel to barrel Ja, dann komm, dann behalte du deine Klammer Und ich klatsch dich ab Und ich klatsch dich ab Gut Okay? Alles gut Bei ihm kam aus der Waffe nichts raus Ja Da bin ich nicht hin Richtig, ja Nein Ich will dich gleich Okay Ich erwarte dich Ich stehe dich sogar noch Okay, wie Glück Ein bisschen Kunden haben wir überhaupt Keine Ahnung Können wir hier einfach spawnen? Ja Achso, sorry, sorry Sorry, das passiert mir ganz oft Oh, sorry, sorry, das passiert mir ganz oft Oh, sorry, sorry Ich hab dir da was mitgebracht Ich weiß, wo wir uns so lange kennen Möchte ich dir das schenken Möusefäustchen 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 Soll man Kost drauf gehen So scheißgelaunt Wenn ich nur nachhau Dann schießt den doch rauf Wenn ich nicht oben rauf Oh, oh, oh Oh, oh, oh Das merk ich Ich hab nicht geschossen Außerdem Warum hast du ne kurze Hose an? Ja, das verführt Ja, hast du aufs... Hot, 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 hot Getieft, getieft Was machst du hier? Du blockierst Die Deckung Bäng, bäng, bäng Bäng, bäng Bäng, bäng, bäng Blöde Sau, du blöde Der seht, der seht, der seht Wie bitte? Ah Oh, Skywolle Blindfire Verboten War das Blindfire? Ich hab's nicht gesehen Nein, das war ein Wachentreffer Ey, das war ein Blindfire Das war ein Blindfire Achso Was ist das? So, bäng, bäng, bäng Ja, genau Hey, 2 von 9 Watt ich Also bei mir kam echt nichts an, ne? Hast du mich getroffen? Ich hab dich hier, wo du warst Und dich hab ich auch rausgetroffen Ich hab rausgeschossen Schief mal auf den Boden, bitte Nee, es gibt keinen Gang Da kommt nix raus Ich habe jetzt gerade jedes Betrieb Da kannst du nicht fliegen Nein, da bei dir kommt nix raus, ne? Ja, ich denke, wenn wir mal auseinanderziehen Dann auch Nein, nein, nein Wenn die Waffe leer ist, ist sie leer Oder beziehungsweise Ist ja nicht leer Zählt nicht Aber ich muss dich haben Da kam nicht noch einer raus Ich hab sie gesehen Du hast echt die Kugel einschlagen gesehen? Ich hab nichts gehört Ich hab sie gesehen Okay Also ich Nee, ich nicht wirklich nicht Also ich bin wirklich fair Ich hab die Kugeln bei dir auch nicht gehört Ich hab die Kugeln bei dir auch nicht gehört Ich zähl das jetzt bei euch oder Seid ihr beide hin? Wir waren halt in Diskussion Mir ist das egal Wenn du willst, lass ich's zählen Wie du möchtest Bist du noch? Bist du noch? W There you go Eine hier wenigstens Three Okay, ich kann mich Danke 五 Sehr schön. Jetzt waren die ganzen Kopf von draußen. Alter, der Typ ist ja mal richtig strahlend. Der kommt in die Ecke, leere Waffe, bzw. es kommt nichts raus. Hatte ich auch vorhin! Und dann behauptet, er hätte mich gedrofft. Ja, genau das hatte ich auch vorhin. Oh, shit! Sorry, sorry, Mann. Sorry, sorry. Ich habe noch bang und abgedrückt. Sorry. Bang. Oh! Ist das jetzt drin? Ja, klar. Der vorste Mann von uns. Der drüben. Ah, shit. Edmund. Komm mal hier hinterher mal gucken. Komm mal nach. Wich habe ich in der Weste? Komm mal nach. Hallo, keine Kraftausdrücke. Schmerz! 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 Entschuldigung, ich dachte, du wärst gegen mich. Ich würde sagen, Karma, oder? Ich würde sagen, Karma. Du hast es einfach verdient. Allein wegen deinem Namen. Melle geht direkt vor, sehr gut. Das wäre jetzt mies für mich. Hab ihn. Hab ihn? Nein, nein, ich hatte ihn. Bei der Hose. Ich hatte dich an der Hose. Du bist noch drin. Dann ist aber noch einer hier. Ich wollte es gerade sagen, fass auf den Rücken auf. Du hältst mich nicht, oder? Doch, ich habe alle drei gehabt. Mann! Unser Mann ist aber jetzt tot. Du bist auch tot. Aber mein Oberschenkel ist Ausgewicht, ich bin noch drin. Hast du mich gewischt? Okay. Echt? Dann ist ja das Spiel schon vorbei. Nein, wir haben noch andere Themen. Das war ein kurzes Spiel. Kurze Freude, oder? Gibt es noch ein Gegnerteam, oder? Ja. Ah, das sind die Jungs mit den T-Shirts, oder? Ja. Oh, die kriegen es auf den Sack. Dann müssen wir jetzt noch eine Runde machen, weil dir ist jetzt recht schnell verfallen. Ja, wir machen es so. Weil, so lange es geht, machen wir die Runden hintereinander. Ja, der zählt auch geil. So zählt. Ja, so ein Fieber da oben. Einhundert, vierzig, einhundert. Ja komm, mach weiter. Ah, du kannst... Der ist auch... Weg, Biene. Wie siehst du das? Hast du, ähm... Morphium? Koks? Irgendwas für die Wunde, sind Einschutzlöcher, sind hinten rausgekommen. Guck. Ich glaube, die sind oben. Ja, sind die auch, die sind in den Wald hochgegangen. Dann hier, pass auf. Hast du einen? Ja, da läuft einer. Ja, da sind sie ja. Ja, der da. Hä? Ich bin rein geworden. Ach so. Ach so. Ja. Die waren, die waren oben auf jeden Fall. Ja, die waren oben. Ja, die waren oben. Halbwegs. Ja, die sind gegen uns. Ja, die sind gegen uns. Hä? Lass uns reingehen. Ja, da ist ein Gegner. Kann ich dich wechseln? Okay. Ich hab gedacht, da kommt gleich eine. Ich hab gedacht, wir sind die ersten. Die wechseln. Das ist doch mal ein bisschen. Du wechseln. Oh, scheiße. Ich wäre hier schon. So. Es ist echt große Pfosten. So. Du. Wo sind die? Ich hab' den. Ich hab' ihn drängen. Ja, die sind schon hin. Melding! Gekämpfer! Ach, die Schwabe! Ach, ja, bitte! Da kommt was! Der Blick war gut. Jetzt Melding, was stehst du da rum mit so'n Pfosten? Mach! Oh, ist das mal... Verhindert oder was? Ah, voll die Arsch! Hab' ich ja hier ein paar Schöne rausgeholt. Ah, ja. War sehr freundlich, dass du nur meine Hose getroffen hast. Ja, siehst du? Ja. 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 Ja.